Zum Ende der Woche sieht es so aus, als würde es mit der Börsenparty noch ein bisschen weitergehen, wenn gleich die Musik etwas leiser gedreht ist. In China hat die People's Bank of China ihren Ankündigungen Taten folgen lassen und sowohl den Reverse-Repo-Satz als auch die Mindestreserve-Anforderungen reduziert und den entsprechenden Zinssatz um 0,5% gesenkt. Niedriger als erwartet ausgefallen sind auch die PCE-Daten in den Vereinigten Staaten. Anualisiert 2,2% waren 0,1% weniger Steigerung als angenommen. Ja, bei den Kern-PCE-Daten ging es um 2,7% nach oben. Gleichzeitig sind die Einkommen der Amerikaner aber schwächer gewachsen als angenommen und in dieser Gemengelage hat die FED weiter die Möglichkeit, im November auch die Zinsen zu senken und zwar möglicherweise wieder um 50 Basispunkte. Das ist zumindest für 53% der Marktteilnehmer das, was am wahrscheinlichsten ist. Nicht nur in Amerika bei den PCE-Daten. Auch die Inflationserwartungen in Europa sind auf 12- und 36-Monatssicht laut einer EZB-Studie geringer ausgefallen. 2,8% waren erwartet worden in den nächsten zwölf Monaten. Jetzt hat man diese Erwartungen auf 2,7% revidiert. Und auf Sicht von 36 Monaten senkt man die Erwartungen, was die Preissteigerung betrifft, von 2,4% auf 2,3%. Auch die Verbraucherpreise in Frankreich und Spanien waren geringer ausgefallen als erwartet und die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat im September um 17.000 zugenommen. Die Quote verharrt weiter bei 6%. In Asien, da spielte auch heute und die ganze Woche ja die Musik und man muss ganz klar sagen, wie ich das eingangs schon sagte, die Zentralbank hat tatsächlich ihre Ankündigungen vom Dienstag Rechnung getragen. Man hat sowohl die Mindestreserveanforderungen an die Geschäftsbanken um 0,5% gesenkt, als auch den Reverse Reposatz um 0,2%. In Kombination mit weiteren Lockerungen aus dem Immobilienumfeld für die Metropolen Shanghai und Shenzhen ist das ein Paket, das man da geschnürt hat, was tatsächlich zeigt, wie ernst die chinesische Administration die schwächelnde Binnennachfrage nimmt. Eine Zahl, die das verdeutlicht, ist, die Industriegewinne fielen im August im Vorjahr mit einem Plus von 17,8% geringer aus, beim BIP 4,1%. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Handlungsbedarf angesagt ist. Wir erinnern uns, China möchte eigentlich immer BIP-Wachstumsraten pro Jahr zwischen 5 und 5,5% generieren. Auch die japanischen Verbraucherpreise sind auf 2,2% gestiegen, aber schwächer als die erwarteten 2,6%. Die Kerninflation lag im August nur bei 1,6%. Gleichzeitig hat man im dritten Wahlgang einen neuen Premierminister gewählt. Shigeru Ishiba ist der Name und dieser hat den Yen steigen lassen. Das Ergebnis wurde Nachschluss des Nikkei verkündet, aber der Yen stieg und der neue Präsident gilt als einer von denen, die Zinsanhebungen und der Inflationsbekämpfung sehr affin gegenüberstehen. Also, dementsprechend abzuwarten, was nächste Woche passieren wird. Für den Moment waren Nikkei, Shanghai Composite und Hang Seng in Asien deutlich im Plus, mit Zuwachsraten zwischen 2,3% und 3,6%. Geopolitisch ist es so, dass Netanyahu und Israel Teile der Ideen, Gedanken und strategischen Überzeugungen, die die Vereinigten Staaten Katar und Saudi-Arabien geäußert haben, im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York teilen, aber eben nicht alle. Gleichzeitig hat die Hisbollah und der Iran ihre Beziehungen tatsächlich als für den Moment eher mal als verschnupft bezeichnet, nachdem der Iran sich weigert, die Hisbollah nachhaltig zu unterstützen. Dahinter steckt politisches Kalkül, denn der Iran möchte sein Atomprogramm nochmals aufnehmen und versucht parallel mit den Amerikanern über selbiges zu verhandeln. Da würde eine Unterstützung der Hisbollah für den Moment tatsächlich eher kontraproduktiv wirken, weshalb Teheran sich für den Moment zurückhält. Gleichzeitig haben US-Geheimdienste ihre Befürchtung geäußert, dass die Erlaubnis der internationalen Unterstützer der Ukraine dazu führen könnte, dass Putin seine atomare Abschreckung weiter nicht nur verbal, sondern auch in die Praxis umsetzen könnte und sich genötigt sieht, bei Angriffen im Hinterland in Russland tatsächlich ernst zu machen. Im USA-China-Taiwan-Konflikt sieht es so aus, dass ein chinesisches Atom-U-Boot unverschuldet durch Fremdeinwirkung oder ähnliches wohl gesunken ist. Dementsprechend sieht man im Moment seitens der Geheimdienste die Gefahr für eine Eskalation in dieser Region der Welt für etwas geringer. Eine neue Bloomberg-Umfrage, ein neuer Paul bezüglich der US-Präsidentschaft, zeigt, dass Präsidentschaftskandidatin Harris und Vizepräsidentin im Rust Belt, also in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, bessere Chancen eingeräumt werden als zuletzt. Dort steigen ihre Zustimmungswerte. Die Staaten Nevada, Arizona und North Carolina lehnen sich mehr und mehr in Richtung Trump für den Augenblick. Gleichzeitig erhofft sich das Trump-Lager, so Bloomberg, dass man durch die Wirtschaftsagenda, die man in den nächsten Tagen, es sind roundabout noch 40 bis zur Wahl, weiter wird punkten können aus dem Harris-Lager. Wenn wir auf die Fett-Politik gucken, die Fett-Chefin Cook betonte, mit welchem Wurf sie bei der Zinssenkung der Fett dabei war in der vergangenen Woche und glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit für weitere größere Zinsschritte in Zukunft offen sind und die desinflationäre Situation der amerikanischen Wirtschaft und der Arbeitsmarkt dies durchaus zuließen. Bei Southwest Air hat der aktivistische Elliott-Investor gemeldet, dass man sich an die Anteilseigner bezüglich einer außerordentlichen Hauptversammlung wendet, denn man ist nicht davon überzeugt, dass das aktuelle Management die Probleme, die die Airline hat, überwinden könnte. Der Eindruck verstetigt hatte sich auf dem gestrigen Investorentag dementsprechend die Meldung heute. Zwischen der Commerzbank und der Unicredit haben Gespräche begonnen an diesem Freitag, so CNBC und man wird sich ergebnisoffener hoffentlich zeigen, nachdem man in der Vergangenheit von Seiten der Commerzbank, aber auch aus der deutschen Politik sich eher mal gegen ein Merch ausgesprochen hat. Trotzdem hat man jetzt, wie gesagt, die Gespräche aufgenommen, um zumindest mal auszuloten, welche strategischen Überlegungen seitens der Unicredit eine Rolle spielen könnten. Bei Bristol-Myers gab es eine FDA-Zulassung für ein neues Schizophrenie-Medikament. Man hatte das Unternehmen Caruna für 14 Milliarden US-Dollar im Hinblick auf diese Zulassung übernommen. Das Umsatzwachstum bei dem entsprechenden Medikament pro Jahr soll mit 6 Milliarden beziffert werden und sich positiv auf Bristol-Myers auswirken. Die Aktie kann von der Meldung profitieren. Bei Boeing hat das National Transportation Safety Board sich noch mal dafür ausgesprochen, die 737-Flugzeuge, 350 aktuell in den USA unterwegs, am Boden zu lassen, solange die Sicherheitsmängel nicht eindeutig geklärt und ausgeräumt sind. Gleichzeitig betont Boeing, dass der Streik diese Woche, also am heutigen Freitag, nicht beendet werden kann. Er wird laut einem Barron's-Artikel mindestens noch eine weitere Woche laufen. Eine mögliche Übernahme von Intel durch Qualcomm gab es ja jetzt auch eher kritische Stimmen. Gleichzeitig hat die amerikanische Administration aber noch mal betont, wie wichtig es ist, dass man das Subventionspaket in Höhe von 8,5 Milliarden zu Intel bekommt und das Ganze jetzt closed. Denn im Zuge des Chips and Science Act möchte die amerikanische Regierung sicherstellen, dass man sich von der asiatischen Konkurrenz emanzipieren kann, um auch künftig wettbewerbsfähig zu sein und vor allen Dingen bei kritischer, strategischer, militärischer Infrastruktur nicht abhängig zu sein von asiatischen Chips. Stichwort Taiwan, Stichwort China an der Stelle. Bei Dell hat man die Mitarbeiter angewiesen, bitte künftig wieder fünf Tage in der Woche in die Offices zurückzukehren, also dem Homeoffice in der Form, wie es bisher bestand hat, eine Absage erteilt. Und bei Supermicro, die Aktien stürzten gestern dramatisch ab, sind auch heute wieder schwächer, nachdem es einen Bericht gab, dass das US-Justizministerium Untersuchungen eingeleitet hatte, nachdem es seitens eines Short-Sellers eine größere Position und belastende Aussagen gab zur Bilanzmanipulation möglicherweise beim Serverhersteller und Chiphersteller. Bei Costco gab es gestern nachbörslich gute Zahlen. 5,29 Dollar pro Anteilsschein, wenngleich der 14 Cent Steuerberechnung mit einfließen, war man trotzdem über den Konsensschätzungen, selbst wenn man die herausrechnet, gelandet. Man hat bei Costco einen guten Quartalsbericht hingelegt. Auch der Umsatz kann sich sehen lassen. Die Aktie kann nachbörslich profitieren. Und passend dazu gab es Analystenkommentare, so von Wells Fargo, die als Reaktion auf die besseren Zahlen und den guten Ausblick das Kursziel von 800 auf 850 Dollar angehoben haben. Ähnlich positiv sind die Analysten von Barclays. Auch sie heben das Kursziel auf 850 Dollar nach oben. Zur Begründung heißt es, sowohl die Quartalszahlen als auch das Umsatzwachstum und Rentabilität sind wirklich beeindruckend. Das Risikoertragsverhältnis ist ausgeglichen und fair bewertet. Es gab noch andere Analystenkommentare zu Walmart. Die Citi hat das Kursziel von 75 auf 98 Dollar nach oben genommen. Obwohl man schon bei Walmart, der Aktie ja diese Woche neue All-Time-Highs gesehen hat, begründet der Analyst das mit dem starken Schulgeschäft, die guten Aussichten auf Thanksgiving und Weihnachten. Da gab es ja positive Entwicklungen, wenn die Zinsen sinken, dass auch die Ausgaben der Amerikaner im Weihnachtsgeschäft noch mal zunehmen könnten. Gleichzeitig hat man von Walmart-Seite weitere Marktanteile dazugewinnen können, eine bessere Skalierbarkeit erreicht und eine komfortabel und herausragende Omni-Channel-Produktpalette in der Pipeline. Bei PayPal gab es auch eine Kurszielanhebung von Barclays von 85 auf 92 US-Dollar. Die Begründung hieß, dass die Modellanpassungen, die Prognosen deshalb nach oben genommen werden müssen. Krypto ist jetzt eines der Stichworte, das gespielt wird. Damit soll man künftig auch bezahlen können. Und die Analysten von Barclays waren es ebenfalls, die bei Netflix den Gedanken ins Spiel gebracht haben, ob Netflix nicht auf die Idee kommen könnte, möglicherweise auch ein kostenloses Streaming-Angebot zu überlegen. Man ist als Platzhirsch unter den Streamern tatsächlich so gut aufgestellt und so breit im Angebot, dass man durch zusätzliche Werbeeinnahmen und mehr Werbung, die man verkauft, einen weiteren Erlösstrang eröffnen könnte, der sich auf den Umsatz und den Gewinn des Unternehmens weiter positiv auswirken würde, so die Analysten von Barclays. Dementsprechend hat man das Ganze mal näher skizziert. Mal gucken, was da passiert. Beim Micron wurde das Kursziel von Baird von 172 auf 150 US-Dollar gesenkt. Vor allen Dingen die Tatsache, dass man, was die Kapazitäten für 2025 und 2026 bereits alle Chips zu einem Festpreisfall äußert hat, lässt die Kursfantasie in Zukunft so ein bisschen begrenzt sein. Selbst wenn die entwickelten Chips alle verkauft würden und das Geschäft weiter positiv läuft, so ist doch insgesamt das Upside dadurch begrenzt. Gleichzeitig natürlich das Entwicklungspotenzial des Aktienkurses. Ebenso bei Dollar General gab es eine Herabstufung auf Verkaufen von der Citibank. Das Kursziel wurde von 91 auf jetzt nur noch 73 US-Dollar gesenkt. Man sieht Probleme bei der EBIT-Marge und bei der Umsatzbasis. Man ist in einer schlechten Wertbewerbsposition und hat Marktanteile verloren. Genau an den Mitbewerber Walmart. Das war es von mir hier an dieser Stelle. Ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Patrick DeWay Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.